Hallo, Drieho, meine werten Feinde von den 16-Fans und Let's-Fets-Let's-Play-Zuschauer. Heute das erste Mal ohne Hoodie. Hatte heute keine Lust drauf, ist mega heiß hier. Mal einen anderen Look. So, Jill. Ein intimes Gespräch zwischen uns beiden. Was hast du uns zu sagen? Was hat Clive ihr zu sagen? Ein Wunsch an die Sterne. Den habe ich tatsächlich. Es ist so weit, Jill. Du weißt, was ich tun muss. Und auch warum. Es gibt kein Zurück mehr. Hier hat unsere Reise uns hingeführt. Hier wird sie enden, wie auch immer. Ich würde ja für dich zu Metea beten. Aber du schaffst das, oder Clive? So wie immer. Und dann sehen wir beide wieder zum Mond. Ich werde warten. Ei, wie schön. Ein Küsschen hätte es ja noch sein dürfen. Aber wir können ja davon ausgehen, dass sie das machen. So, oder so. Oh, er kommt. Ne, ich habe schon gedacht, Richtung Bett. Seit zum Aufbruch. Das wäre wahrscheinlich zu viel. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Oh, jetzt geht es anscheinend ab. Jetzt geht es... Oh, du waggadibu. Schnaggadibu. Okay, okay. Guckt euch das an die grünen Ausrufezeichen. Überall. Babidi, bababam, bumm. Okay. Jetzt kommt die Zeit. Die grüne Ausrufezeit. Wo vielleicht, vielleicht zum besten Schwert dann führt. Wer weiß, ne? So, wir müssen zuerst das Jagdbrett abhandeln. Ich habe irgendwie das dringende Bedürfnis danach. Aber es gibt keine. Wollte ich mich veräppeln? Gebt ihr mir das beste Schwert tatsächlich erst danach? Oh, hier. Das hatten wir noch nicht. Ah, weil wir damals da nicht hinkonnten. Okay, die Senke von Crutin. Balut. Durchgelesen hatten wir es uns ja schon mal. Okay, das da könnte es sein. Das hat so einen Special Kranz. Von hier aus sieht es zumindest so aus. Schauen wir mal, ob es ein normaler ist. Aber die sieht schon sehr speziell aus, ne? Die wird es sein. Sei vorsichtig. Ey, so Special glänzende Hirschhörner da. Meine Güte, die sieht ja... Strange High Fantasy, äh, Final Fantasy mäßig aus. Also, hat was, ne? Hat was, aber ein bisschen... Ein bisschen übertrieben. Aber auch schön zur selben Zeit. Bis auf die Schnurrbartahre. Ich glaube, die werden mir einfach nie gefallen. Die Tentakel-Schnurrbartahre. Oh, das könnte wehtun. Also, ihm, nicht mir. Was ist das denn für ein Level? Hab ich gar nicht drauf geachtet. 40? Ja, okay. Dann wird es nicht allzu schwer werden. Dann wird es nicht allzu schwer werden. Oh, die mit Ifrit-Power verstärkt? Ich weiß ja nicht. Macht das einen Unterschied für uns? Ob die Ifrit-Mäßig verstärkt würde, oder nicht? Keine Ahnung. Center-Zucken leider auch hier. Jetzt getriggert. Hm, Schade, Schade. Trotzdem eine Menge Schaden. Ich meine, wollen wir uns mal nicht beschweren. Das Ding ist noch nicht aufgestanden. Wir sind vollgeheilt. Ja, jetzt trifft es uns volle Kanone. Das ist seine Power. Da müssen wir viel mehr auf Defensive. Wenn es die Attacke macht, viel mehr auf Defensivität setzen hier. Okay. Gucken wir mal. Wie weit dürfen wir Mega-Flare aufladen? Wie weit erlaubst du uns das? Wie weit habe ich es denn gelevelt überhaupt gerade? Ich weiß es gar nicht. Habe ich es auf 4 gelevelt? Ja, es geht weiter. Es geht weiter. Ja, das ist die Mega-Attacke. Da muss ich aufpassen. Sonst wird die Attacke hier auch nicht am... Mega-Flare auf dir! Kam er wieder an die Luft. So. So, bitteschön. Kommst du zu mir? Nein, ich komme zu dir. Bitte nimm das ein Geschenk von mir. Tschüssi. Also er hat gut Schaden gemacht. Gar keine Frage. Aber wir haben ihm eindeutig mehr Schaden gemacht. Boom hat es gemacht. Leider nichts Spezielles. Ich bin traurig. Hoffen wir, er war der Einzige seiner Art. Es regnet immer noch. Das Mega-Flare ist total übertrieben. Hört nicht ab. Jetzt hört es auf. Gehen wir den Massen mal nebenauftrinken. Nirgendwo ist ein Plus dabei. Schon mal ein schlechtes Zeichen. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Wie wäre es mit dir? Nazire, der Fluchbrecher. Kennen wir den schon? Sitt, könnte ich dich um etwas bitten? Kommt mir unbekannt vor. Dann geht es. Ein Träger, der neu in Freiheit ist, will sich den Fluchbrechern anschließen. Das ist doch schön. Unsere Arbeit ist alles andere als leicht. Alle Anwärter prüfen wir deshalb auf Herz und Nieren. Selbstverständlich. Würdest du diesmal die Bewertung übernehmen? Kann ich tun, aber... Warum ich? Warum ich, ja. Der Junge will Speer werden. Das ist doch schön. Leute, die stark genug sind, um Ketten zu sprengen und Despoten zur Rechenschaft zu ziehen, haben wir so einige. Aber Speer brauchen eine feine Nase. Und kaum einer kann Gav das Wasser reichen. Du musst ja auch nicht so gut wie Gav werden. Es reicht doch auch, gut zu werden. Und nicht der Beste. Und kann er das ja auch noch werden. Kann er Zeit nehmen. Du bist doch oft mit ihm auf Einsätzen unterwegs. Mittlerweile weißt du sicher, was ein guter Speer an Fähigkeiten mitbringen muss. Oder ehre ich mich? Das mag schon sein. Also übernimmst du die Bewertung? Klar. Speer können wir immer gebrauchen. Eben, eben. Sag ich doch. Der Prüfling wartet in Nordstedt auf uns. Ich gehe schon mal vor und rede mit ihm. Triff uns da. Gut, ich komme sofort. Ausgezeichnet. Na dann, bis gleich. Na dann. Nordstedt. Ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Einen näheren Treffpunkt gab es wohl nicht. Dieses Rumgejammer. Wir haben doch Obelisken. Was will der denn? Meine Nase. Anwärter warten hier sicher ganz in der Nähe auf mich. Siehste? Einmal Obelisken. Ich bin nervös. 10 Sekunden hierher. Ist das ein schlechtes Zeichen? Das werden wir bald sehen. Mach einfach, was ich dir sage. Bei einer Prüfung nervös zu sein ist kein schlechtes Zeichen. Nein, nein. Man darf sich halt nicht überkommen. Ansonsten zeigt sich nur, dass du es ernst nimmst, was da gerade passiert. Und das ist ja gut. Hallo, Sid. Das ist ja gut. Das hier ist der Anwärter. Amber, stell dich vor. Zu euren Diensten, mein Herr. Bitte. Einfach, Sid. Ich bin niemandes Herr. Dein Leben gehört dir. Oh, äh. Danke, Sid. Der Kommandant meinte, du bewertest mich heute. Ja, das ist richtig. Du weißt, wie gefährlich es ist, Speer zu sein? Sicher. Aber ich will tapfer sein, wie der Mann, der mich gerettet hat. Und wer war das? Gav. Er hat mich gefunden und befreit. Ohne Magie. Er hat sich einfach von seinem Gespür leiten lassen. Er, ganz allein. Er hat mir gezeigt, was ein Mann schafft, wenn er den Willen dazu hat. Seitdem habe ich viel geübt, damit ich eines Tages auch jemanden retten kann. Genau wie Gav mich. Toll. Das hört er sicher gern. Du bist eindeutig motiviert, Amber. Und der Gefahren bist du dir auch bewusst. Wenn du so weitermachst, wirst du ein guter Fluchbrecher. Amber klingt irgendwie weiblich, oder? Ich... Bestanden? Wir haben noch nicht mal angefangen. Hör gut zu. Fluchbrecher kannst du ja werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ging ja rum. Nicht weit von hier ist ein Sanbrekscher Wachturm. Den Pfad... Das ist nicht die... Das ist nicht die Fluchbrecher, Späherprüfung. Das ist die Späherprüfung, oder? Die Wachen tragen alle Sichtungen in ein Buch ein. Das sollst du finden. Ui. Bring es dann her. Das ist aber schon eine ordentlich schwere Aufgabe. Noch mehr? Nein. Den Kaiserlichen in einem schwer bewachten Außenposten etwas unter der Nase wegzustehlen, sollte reichen. Das ist Spionarbeit, nicht Späherarbeit. Einen Weg in den Turm finden, ein Ablenkungsmanöver starten und entkommen. Und das ohne entdeckt zu werden. Sonst endest du bestenfalls in einem Kerker. Amber. Gav ist mutig, nicht leichtsinnig. Du musst mit Verstand arbeiten. Mit Verstand, klar. Ich bin dann mal weg. Das klingt nicht, nicht so, wie, nee. So gefährlich sollte es nicht sein. Aber lass ihn besser nicht aus den Augen. Werde ich nicht. Also los, Amber. Beweis dich. So gefährlich wird es nicht sein, aber er ist wohl sehr leichtsinnig für mich, finde ich, in die Richtung gerannt. Vielleicht ist er tatsächlich bereit. Falls ich das nicht raufgekriegt habe, hat Amber die erlegt? Damit sind diese Hunde hier gemeint. Vielleicht ist er ja doch bereit. Was ist jetzt, Fluchbrecher oder Späher zu sein? Oh. Oder auch nicht. Und dann schauen wir doch mal, was da abgeht. Entdeckt und tötet alle. Verdammt. Oh, großes Monster. Amber, zieh dein Schwert! Ich, ich kann nicht! Warum nicht? Klemmts. Kann lauf! Äh, ja! Wenn du ihn willst, musst du erst an mir vorbei. Das hat wohl noch ein bisschen Training nötig, oder? Wirkt auf mich jetzt mal so. Oh, wow. Das ist 40. Da geht das Level 40. Wie cool ist das denn? Ey, ey, ey. Genau, das passt. Das ist viel besser. Oh, Attacca, Kameramea. Reicht, reicht, nein. Kriegen wir das noch? Ne, dann kriegen wir das noch nur einen brochenen Status untergebracht, aber nein. Total übertrieben. Total übertrieben. Und noch ein Center zuckern auf Level 5. Tsching! Aber sowas von. Das Ding, äh, ist sowas von weg. Bosskiller auf ihn niedergelassen hier. Amber, bist du... Weg. Eingepisst. Schämt sich zu sehr. Sollen wir das Buch noch mitnehmen? Natürlich. Gute Speer sind wirklich selten. Also zurück nach Nordstedt. Gib ihm halt noch mehr Trainingszeit. Du bist noch nicht so weit. Ey, ist ne Truhe. Federzopf? Was ist das denn? Oh, das klingt aber sehr speziell. Gucken wir doch mal. Was haben wir da? Erhöht den Schaden von Senkhieb. Hm, brauchen wir nicht. Aber mal was anderes. Noch irgendwas? Ich meine, das ist schon speziell genug. Man darf eigentlich nicht mehr verlangen. Ne, hier ist nicht mehr. Okay. Nehmen wir den Obelisken zurück. Und schauen wir mal. Oh, Sid. Du bist schon wieder zurück? Wie war Amber? Wo ist er? Ich... dachte, ich finde ihn hier. Er ist geflohen. Ich bin ihm zum Wachturm gefolgt. Aber dort wurde er von einem Avis angegriffen. Er stand da, wie er starrt. Hat nicht mal das Schwert gezogen. Also musste ich einschreiten. Als ich fertig war, war Amber nicht mehr da. Ich dachte, er wäre zurück zu dir gerannt. Anscheinend nicht. Hat er nicht aufgegeben, wollte weitermachen. Tut mir leid, Sid. Ich wusste, dass er noch unerfahren ist, aber ich dachte... Dass ich die Prüfung schaffe? Nun, ihr hasst ja nicht wirklich. Wie ist das Buch, das ich den Kaiserlingen abknöpfen soll? Aber beim Avis bist du gescheitert. Also hättest du es nicht geschafft. Bitte. Was? Wie hörst du? Sag bloß, du hast dich in den Turm geschlichen, während Sid dir den Arsch gerettet hat. Er wollte das vielleicht. Klar, das war doch schließlich meine Aufgabe. Ich sollte das Buch holen, ohne erwischt zu werden. Wo er recht hat, hat er recht. Dann hat... Also es wäre für dich vom Vorteil, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe gemerkt, dass Clive mich, Sid mich verfolgt und habe ihn als Ablenkungsmanöver benutzt. Absichtlich und bewusst. Und? Er hat es ganz allein geschafft. Aber Sid, er... Er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich muss entscheiden, ob sie richtig war. Ist gut. Wir warten im Versteck auf das Ergebnis. Keinen Ärger mehr von dir. Jawohl! Mehr Infos. Es kommt total auf die Auslegungssache an. Keine leichte Entscheidung. Nee, weil mir noch Infos fehlen. Und wenn er das als bewusste Entscheidung getroffen hat, mich als Ablenkungsmanöver zu benutzen. Oder nur, ha ja, okay, er hat halt irgendwie die Situation genutzt, aber sonst wäre er halt draufgegangen, wenn ich nicht da gewesen wäre. Das ist ein Unterschied. Ein wichtiger Unterschied. Der hier nicht spezifiziert wurde. Das hättest du sehen sollen. Der Avis hatte keine Chance. Ebenso wenig wie du. Willkommen zurück, Sid. Willkommen zurück, Sid. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger da draußen. Ehrlich gesagt war es meine Idee, dass du bei der Prüfung helfen sollst. Aber wie ich höre, lief sie nicht ganz nach Plan. Nein. Ja, und auf nicht ganz nach Plan reagieren zu können, ist auch wichtig natürlich. Wünsche Bär. So gar nicht. Wie für ein Spion. Hat Ember seine Prüfung bestanden? Ja. Kommt auf die Auslegung. Aber ich kriege nicht mehr Infos, also muss ich es entscheiden. Also sage ich ja. Im Angesicht des Todes hat Ember die Nerven verloren. Nicht aber seinen Willen. Hat er das? Oder war das eben nur Fake? Das ist die Frage. Er fasste sich, um seinen Befehl auszuführen. Genau das, was wir von unseren Spähern verlangen. Da hast du recht. Danke für deine ehrliche Bewertung, Sid. Allerdings wird Ember nicht immer einen kampferprobten Krieger zur Seite haben, der ihm aus dem Schlamassel hilft, wenn er in einen hineingerät. Ja. Mir hat die Prüfung gezeigt, dass Ember ohne jemand, der auf ihn aufpasst, ein Risiko für uns darstellt. Nicht so schnell. Ember hat noch viel zu lernen, das stimmt. Ja. Und dieses Mal hat er uns enttäuscht. Zur Hälfte. Aber ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Denn das Ziel hat er erreicht. Mit Ausdauer lernt jede Hand, ein Schwert zu halten. Und Angst lässt sich auch bezwingen. Ja, ja. Aber ein Späher braucht Gespür. Und das hat man oder nicht. Und das hat er. Und das hat er gefunden. Damit hat Ember bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat. Wäre schade um sein Talent, oder? Eben. Einfach noch nicht selber losgehen lassen. Sondern ihn weiter trainieren. Und er ist auf einem guten Weg, aber es ist noch nicht genug. Schön. Noch eine Chance. Ja, eben. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Wenn es sein muss, übernachte ich sogar in der Arena. Ich halte durch, bis ich soweit bin. Ja, klack. Ist doch gut. Weiter so. Nicht gerade der Hellste, aber das Herz am rechten Fleck. Ganz wie sein tapferes Vorbild. Und wenn du mich fragst, muten wir dem sowieso viel zu viel zu. Wird Zeit, dass die Fluchbrecher ihm etwas von der Verantwortung abnehmen. Das denke ich auch. Aber sag das bloß nicht Gav, klar? Ich will nicht, dass ihm das zu Kopf steigt. Dem traue ich zu, dass er dann freinimmt. Freinnehmen wäre schön, aber die Arbeit ruft. Ja, cool. Verzeih mir, Sid. Das lief nicht, wie ich erwartet hätte. Das tut es dieser Tage nie. Genau deshalb brauchen wir Leute wie Amber, die das Beste aus einer Notlage machen. Habe ich recht? Hast du, Sid. Danke. Ja, schön, schön, schön. Ich meine, nettes Quest. Habe mich jetzt irgendwie nicht vom Hocker gehauen, aber war doch nett. Nett, nett. Nett, nett, nett. Oh, guck mal. Eine stille Stifterbelohnung ist bereit. Willkommen beim stehen, Stifter. Immer her damit. Ich bin gespannt. War jetzt nicht der güldene Gegenstand? Ja, Genji-Handschuhe. Ich bin sehr gespannt. Weltweite Berühmtheit. Wenn man dieser Schnapsdrossel von einer Kapitänin, die gestern bei mir am Tisch saß, Glauben schenken darf, dann hat sich die Kunde von deinen Taten inzwischen sogar über Valistea hinaus verbreitet. Und nicht nur das. Sie behauptet, es gäbe nicht wenige, die auf deinen Erfolg hoffen, sie selbst mit eingeschlossen. Gerath. Gib mal die Genji-Handschuhe. Ja, dann... Oh, das nächste ist 2.850. Wow. Viel Glück, der Drasen-Set. Dann zeig ich mal her, zeig ich mal her, was machen die Genji-Handschuhe. Erhöht den verrichteten Schaden um 5%. Also einfach allen Schaden um 5% gesteigert. Ja, lohnt sich, wenn man ein Schadensproblem hat, denke ich, in normalen Fälle. Ich behalte das hier drin, erhöht die Menge in gewöhnlichen Kämpfen erhaltende Fertigkeitenpunkte. Weil man muss, glaube ich, wenn ich die Trophäe richtig verstanden habe, alle Fertigkeiten gemeistert haben. Und das sind viele Fertigkeitenpunkte, die man da braucht. Viele! Oh, die hat was Wichtiges zu sagen über die letzte Schlacht. Und Clive? Bist du bereit für den Kampf, der dir bevorsteht und die Opfer, die du dafür bringen musst? Das bin ich. Erst wenn Ultima tot ist, sind wir wirklich frei. Und dann, oder sagt sie das? Erst wenn Ultima tot ist, sind wir wirklich frei. Und dann musst du der Welt helfen, die Wahrheit zu begreifen. Darauf verlasse ich mich. Es wäre mir eine Ehre. Aber im Gegenzug musst du mir etwas versprechen. Komm zu uns zurück. Wie soll, hat vielleicht auch er gesagt, wie soll ich die Geschichte der Welt ohne einen Bericht der Helden lehren, die für ihre Neugeburt kämpfen? Ich, wir alle, werden für deine Rückkehr beten. Oh, das war nett. Ich freue mich immer über ein Gespräch mit dir. Oh, danke. Oh, wieder die Kinder. Weißt du, warum es so komisch ist? Das war ja ein komisches Quest, was aber mal anders war. Hau mal rein. Habt ihr ein Kinderproblem? Wie darf ich euch helfen dabei? Sid, du musst uns helfen. Ja, wie denn? Wobei, habt ihr schon wieder eins von mit Geräten zerlegt? Nein. Also, doch, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Sondern um mit. Sie benimmt sich so seltsam. Okay. Sehr seltsam. Sie ist fast nie da. Und wenn doch, bemerkt sie uns nicht mal. Sie ist so verstreut. Sie ist zerstreut. Habe ich doch gesagt. Zerstreut. Sie hat eben wirklich viel zu tun. Wann hat das angefangen? Ungefähr... Gleich nachdem sie euch aus Donherr gerettet hat. Dann geht es vielleicht nur um die Enterprise. Sie hat auf dem langen Weg ganz schön was abbekommen. Hast du sie etwa kaputt gemacht? Du solltest wirklich besser auf Mets Erfindungen aufpassen. Ach, hör nicht auf sie. Selbst wenn du sie kaputt gemacht hast, kannst du sie doch einfach wieder zusammenbauen. Oder? Und wer baut mit wieder zusammen? Sie ist echt traurig. Mit wieder zusammenbauen. Soll ich mal versuchen, sie aufzuheitern? Würdest du für uns... Ernstes Gespräch mit ihr führen. Sie ist in ihrer Höhle. Höhle? Machst du ihm noch Angst? Es ist keine echte Höhle. Na dann bin ich beruhigt. Ich bin gespannt, wo sie ist. Ich nehme an, sie meinen nicht ihre Werkstatt. Oder doch? Was meint ihr mit Höhle? Gibt es in der Werkstatt irgendeinen Kabuff noch? Ne. Sie ist einfach nur in ihrer Werkstatt. Das Höhle zu nennen. Frechheit. Haben sie doch abgegradet. Oh, was soll ich jetzt los? Ich hab's. Wie immer war die Antwort die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Wenn das sie nicht fliegen lässt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ah, ja klar. Fliegen? Sage ich doch. Sage ich doch. Meine Rede. Äh, Sid ist immer dafür zuständig. Aber in dem Fall eben wieder mal. Haben sie im letzten Teil auch schon gemacht. Äh, Verwandte. Das Ding muss fliegen können. Muss es in jedem Final Teil geben. Ein Flugschiff. Willst du der Enterprise etwa Flügel geben? Aber natürlich will ich das. Raketenantrieb. Die Kinder glauben, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Sie machen sich Sorgen. Ist dein Projekt so wichtig, dass du dich von allen abkapseln musst? Die Enterprise ist jetzt schon das schnellste Schiff der Welt. Und das mit Wasser unterm Kiel. Aber was, wenn sie nicht daran gebunden wäre? An gar nichts gebunden wäre. Warum sollten die Götter den Himmel für sich alleine haben? Das ist doch völlig ungerecht. Die gefallen... Also natürlich wäre sie an was gebunden. Und zwar an die Antriebsart. Und irgendeine Ressource wird die verbrauchen. Und an die ist sie gebunden. Wir haben es geschafft. Aber sich nur auf Magie zu verlassen, war ihr großer Fehler. Aber ich... Ich weiß, wie man es ohnehin kriegt. Äh, also fast. Erstmal muss ich ein Modell bauen. Und das kannst du nur allein machen? Ist das ein Angebot? Damit wir uns verstehen, die Enterprise ist mein Revier. Nee, die Kinder sollen ja... Aber wenn du mir unbedingt helfen willst, sag ich sicher nicht nein. Nein, nein, die Kinder. Die Kinder, nicht ich. Nein, nein, nein. Erst brauch ich Öl. Aber kein schon dreimal in der Bratpfanne benutztes aus der Küche. Hochfertiges wie das aus Old Hill. Dann brauch ich einen Knochen oder ein Stück von einem Panzer. Leicht, robust und wenn es geht, nicht mehr am vorherigen Besitz. Sind das alles Jagd... Jagdaufgaben? Sind das alles Jagd... Äh, 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 Dinger, die du mir hier gibst? Weil... Weil das Brett ist leer. Ist er dran. Meinst du ein Bestienknochen? Da können dir sicher die Fluchbrecher weiterhelfen. Nein, die können dir weiterhelfen. Du wolltest dich doch nützlich machen, oder? Hm. Pisser. Ich sollte mit einem der Fluchbrecher reden, bevor ich losziehe. Vielleicht finde ich den Knochen auch ein Urteil. Ich hätte gedacht, wir suchen was, wie die Kinder ihr helfen können. Modell basteln, irgendwas. Dieser Ronan. Na, Sid. Willst du uns einen ausgeben? Kommt ganz drauf an. Mit braucht einen leichten, aber haltbaren Knochen für ein Projekt. Mit Bestien kennt ihr Fluchbrecher euch doch gut aus, oder? Vorschläge? Knochen sind Knochen. Hau fest genug drauf und sie gehen kaputt. Sie sollte lieber was anderes nehmen. Ein Stück von einem Panzer zum Beispiel. Weißt du, was Adamant Heimais sind? Klar. Oh ja. Ich weiß, dass mit ihnen nichts zu spaßen ist. Und deren Panzer sind also besonders hart? Klar. Ja. Vor allem, wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Angeblich lebt eine uralte Adamant Heimai in Korava, na, Old Biza. Cool. Oder was davon übrig ist. Aber glaub nicht, dass du leichtes Spiel haben wirst. Das Ding lebt nicht ohne Grund schon so lange. Ich werde aufpassen. Danke. Ja, top. Ist das ein Jagdabfrag? Nein. Okay. Schade. So, hier bin ich in Old Hill. Und hier sollen wir Öl besorgen. Irgendwelche Restöle. Weil hier lebt ja niemand mehr, oder? Das wurde doch komplett ausgerottet damals mit den Schwarzschilden. Ich nehme mal an, hier ist niemand mehr eingezogen. Mit Öl? Kaum zu glauben. Bei allem, was hier passiert ist. Ja, warum sollten die... Ah, da haben wir alles stehen und liegen gelassen. Stimmt aber dann, nachdem die Schwarzschilde weg waren, hierher kommen und es ausräubern, um wenigstens die Ressourcen noch zu nutzen für... Das sollte reichen. ...für die Rast. Marthas Rast. Wäre nicht dumm, ne? Oh. Brava. Wo würdest du dich verstecken, Torgal? Wenn du eine Schildkröte wärst? Aber wir haben doch da ein Zeichen. Wir sollen doch hier suchen. Da ist eine Schildkröte. Wir haben doch eine Map-Markierung dafür gekriegt. Da müssen sie doch gar nicht groß suchen gehen, oder? Das müsste sie doch sein. Wüstengestein, halt. Herzlichen Glückwunsch. So, erstmal brechen. Das gute Stück. Genau. Schön Bahamut in die Pferde. Über Attacke abwarten. Und einmal brechen. Schön. Oh, ein Center-Zucken verschwenden. Faszinierend. Das kriegt der Computer nicht hin. Center-Zucken immer auf 5 aufladen lassen. Das ist... Auto-Attack tatsächlich krass suboptimal. Krass suboptimal. Nicht nur ein bisschen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ob das sich vielleicht gelohnt hat, weil... Weil jetzt hat man den Center-Zucken noch im gebrochenen... Modus rausgehauen. Und jetzt den Center-Zucken gar nicht erst auf 5 aufladen, weil... Das Ding ist eh schon fast runter. Das soll verschwenden. Ja, Attacke abwarten. Nicht... Nicht... Hals über Kopf, sondern jetzt. Bing! Das war ja lächerlich. Das hatte wirklich nur noch ein Schlagleben. Total übertrieben. Adaman-Tai-Mai-Panzer. Dann zurück zum MET, damit sie ihr Modell fertig bauen kann. Dann liegt noch was. Das nehmen wir noch mit. Was ist es? Was ist es? Spinnenseide? Nein, Reißzahn. Bitteschön, deine Materialien. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Sag mir, dass das alles ist. Bestimmt noch lange nicht. Vielleicht für ihr Modell. Ja, vielleicht fürs Modell reicht's. Wer weiß. Ach, du hörst dich an, als hätte ich dich gebeten, die Welt zu retten. Sag mir, dass das hier alles ist. Es ist fast alles, was ich brauche. Ich hab mir das Ganze nochmal angesehen und gemerkt, dass ich eine Null vergessen hab und eine Eins. Und, äh... Du brauchst 20 Panzer. Und... Und ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Daher umso schlimmer. So kleine Teile sind ne Heidenarbeit und ich, äh, könnte genau das verbummelt haben, an dem Shledon eine halbe Ewigkeit gefeilt hat. Ui. Warte mal. Deine Waage. Als die Kinder sie zerlegt haben, war ein kleines Zahnrad dabei. Ja. Und ich glaube, ich... Sie haben es nicht benutzt, als sie die Waage wieder zusammengebaut haben. Mhm, mhm, mhm. Die Krümel? Aber warum... Weißt du was? Eigentlich will ich's nicht wissen. Ich mach am Modell weiter. Such du das Zahnrad. Ja. Was wohl? Die haben dir nachstreben wollen. Warum willst du das nicht wissen? Ist doch sehr nett. Von den Kindern. So, habt ihr das Zahnrad noch? Vielleicht? Versteckt sich mit noch vor uns? Sie wollte sich gar nicht verstecken. Alles gut. Sie arbeitet nur an ihrem nächsten Projekt. Was ist es denn? Eine neue Erfindung? Vielleicht ein Luftschiff. Bestimmt ist es ein Luftschiff. Dürfen wir ihr helfen? Deswegen bin ich eigentlich hier. Sie braucht was Besonderes, das nur ihr drei besorgen könnt. Ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Das zum Beispiel nicht zu einer gewissen Waage gepasst hat. Stimmt. Dort ist eins vergessen. Jetzt weiß ich's wieder. Wir haben's noch. Keine Sorge. Ist in unserer Kleinkramtüte. Kleinkramtüte. Seitdem haben wir alles Mögliche auseinander und wieder zusammengebaut. Ist doch schön. Und wir werden immer besser. Alle Teile, die übrig bleiben, sind unter unseren Betten. Zur Sicherheit. Das ist gut zu wissen. Die übrig bleiben. Weil zu viel soll eigentlich nicht immer übrig bleiben, oder? Was ist es? Tada. Das Zahnrad. War das alles? Wir haben eine ganze Menge auf Vorrat. Fürs erste Jahr. Aber ich erzähle mit von eurer Sammlung. Zur Sicherheit. Danke, Sid. Oh je, nicht, dass die die Sammlung dann ausnutzt. Das wäre ja gar nicht gut. Wobei, ist ja alles fälschlich erworben von den Kindern. Und? Hast du es? Ja, und noch mehr Infos darüber. Die Kiddies. Ich glaube schon. Die drei haben gut darauf aufgepasst. Ist es das? Ja, genau. Perfekt. Du bist ein Genie. Und was genau machst du jetzt damit? Den wichtigsten Teil des Modells bauen. Die Flügel bewegen sich nicht von allein. Aber mit diesem Zahnrad an der richtigen Stelle... Du willst bewegliche Flügel bauen. Wie so ein Ornithopter von Magic. Oder was? Na, du wirst es schon sehen. Okay, ich bin gespannt. Ganz viele kleine Flügel oder zwei große Flügel. Das sind ja schon mal keine Flügel. Das sind helikopterartige Teile. Du brauchst schon mal eine Energie, um die anzutreiben. Und dann brauchst du Luft. Das Luftwiderstand. Wie süß. Sieht mir offiziell zu schwach aus, denke ich. Als dass das so ein Riesenteil leben könnte. So ein Donnerwetter. Es sollte doch nicht wirklich fliegen, oder? Doch. Denk schon. Natürlich sollte es wirklich fliegen. Sonst wäre es ja wohl kein Luftschiff. Tja, was fehlt noch? Dieser Antrieb. Echt, dieses Ding macht mich noch verrückt. Ich war mir so sicher, dass es heute hinhaut. Der Mitrelle Antrieb ist dafür gedacht, Träume zu erfüllen. Aber vielleicht sollte dieser besser nicht in Erfüllung gehen. Warum denn? Bringt man Menschen das Fliegen bei, dann werden sie sich auch bald in der Luft bekriegen. Ja, du hast natürlich recht. Noch mehr, die ihr zu Hause verlieren. Noch mehr Kinder ohne Väter und Mütter. So wie ich damals. Tut mir leid. Ja, also alles, was du erfindest, kann auch für Krieg benutzt werden. Das ist klar. Absolut. Ja, mir auch. Clive. Sag mir, was würdest du tun? Dem Verstand folgen oder dem Herzen? Von beidem ein bisschen. Wirklich schwierig. Warum nur eins? Dass ich das erste Mal am Deck deines Schiffes stand. Mit dem Wind im Haar. War es, als würde ich fliegen. Wie mag es sich wohl in Wirklichkeit anfühlen? Mein Papst hat immer gesagt, es gäbe zwei Arten zu leben. Man jagt einem Traum nach oder kriecht ins Grab. Er hatte recht. Und nicht nur in dieser Hinsicht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Menschen brauchen Träume zum Leben. Ganz besonders in dieser Welt. Und das ist gut. Deine ganze Arbeit. Meine ganze Arbeit wird niemals für Kriege benutzt werden, klar? Aber sie ist auch nicht verloren. Sag mal, Clive. Warst du schon mal auf Schatzsuche? Nicht, seit Joshua und ich klein waren. Wieso fragst du? Weil ich schon was suchen soll. Weil ich die Baupläne für den Antrieb verstecken und ein Rätsel hinterlassen werde, mit dem man sie finden kann. Oh je. Ein kompliziertes. Damit nur wirklich leidenschaftliche Träumer hier dahinter kommen werden. Okay. Ich meine... Ich sehe schon vor mir... Wie irgendein hirnloser General auf die Worte starren und ein dummes Gesicht machen wird. Und dann einen Arsch vor Leute anstellt, um das rauszufinden. Verdammt dummes Mädchen. Wird trotzdem dafür benutzt dann. So wie du. Ja. Ja. Träum weiter. Der General hat einen Arsch voll Geld und kann das Rätsel dann lösen lassen. Finden sich intelligente Leute, die korrupt genug sind, dann für Geld dann Rätsel zu lösen. Ja, aber wenn ich eine ganze Schatzsuche auf die Beine stelle, dann muss der Antrieb auch ein würdiger Schatz sein. Und wenn damit nicht mal ein Modell fliegen kann, ist er das sicher nicht. Was soll noch dran arbeiten? Paps meinte immer, hab große Träume. Aber die Größe eines Traums ist eigentlich egal, oder? Solange er gut ist. Und ich glaube, ich hab noch ein paar ziemlich gute. Da bin ich mir sicher. Wir haben das Quest geschafft. Luftschiffmodell. Kann in Kleifs Zimmer betrachtet werden. Gut, dann lesen wir es nicht hier durch. Ich nehme an, durch die Aufträge wählen wir da noch mehr. Wir heben uns das auf, können wir ein paar Einträge auf einmal lesen. So, vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Das hilft meinem Kanal aus. Schaltet gerne wieder beim nächsten Video rein. Ich stelle es sowieso rein. Tschüssi Kowski und bye bye.